Von einer Seite im Korb, da müssen wir immer gemeinsam, dass wir den Ball treffen. Bist du flüttest oder rechts, das müssen wir zueinander sein. Also wiederum drei Ballen. Ausweichern... ...k tensionen vorhanden, der geht nach hinten, und jetzt legen wir von unten nach oben. Strom. Ja, gut, Lukas! Gut, gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Das war's für heute. Was habe ich gesagt? Siehst du das? Jawohl! Super! Wie fühlst du weiss jetzt? Eh klar! Ich weiss nicht, wer umringt. Christian, geh umringt. Jetzt kann er Dacke gehen.